Hallo und Herzliches Willkommen hier auf meinem Kanal zu Seven Days to Die. Seid gerüßt und schön, dass ihr eingestellt habt. Ja, Gina Lolo Britschi da kommt und ich muss ja leider auf die immer hauen. Besser Arm ab als Arm dran, würde ich sagen, oder? So, wir gehen jetzt unseren Auftrag wegbringen, aber wir schließen mal die Tür. So, wir haben 15.11 Uhr, das heißt wir müssen uns für die Nacht vorbereiten. Also so muss ich mich leer machen, irgendwie. Ich weiß noch nicht genau wie, weil ich habe keinen Platz mehr. Aber ein bisschen was muss ich für meinen Job hier wegbringen. Ähm, ich lege mal Papier hier hin, so und den Kaffee auch, so. Dann holen wir uns erstmal unsere gute Beute ab hier. Monatoff-Cocktails oder Bogenschießen für Ranger? Für, ich bin immer dafür für Munition, oder? Munition ist immer gut. Hast du denn noch einen Job für mich hier in der Nähe? 300 Meter beseitige Zombies abholen in 400 Metern? Ja, abholen ist glaube ich easier als, ne? Wir nehmen den Abholjob an. Gut. Und, ähm, ich würde sagen, ich muss mir auf jeden Fall eine Kiste bauen. Jetzt ist die Frage, zurück zum Haus. Haus säubern. Für ein Nachtquartier. Oder jetzt Richtung Auftrag laufen und da dann die Nacht vorbringen. Ich glaube, das ist sauberer, ne? Laufen Richtung Auftrag und, ähm, ich mache da eine Kiste. Haben wir noch einen freien Platz? Komm, das Papier schmeißen wir raus. Dafür baue ich aber eine Kiste, oder? Ja. Ähm. Fertigen. So. Ah, da hätte ich einen Slot gehabt. Okay, alles gut. So, wir brauchen definitiv, da kommt schon wieder, wenn wir sind, du Rotschopf. Komm zurück. Ja. Ich freue mich auch, dich wiederzusehen. Schwöre, wirklich. Gut, die hätten wir auch dahin gerafft. Oh, okay. Ein Haus am Fluss. Wenn ich jetzt ein Biber wäre, würde ich mich da niederlassen. Aber ich bin Panda. Ich habe nicht so viel mit Wasser zu tun, ne? Würde ich so sagen. Also nicht wundern, wenn ich mich ständig nach links und rechts und gucke. Ich gucke einfach nur, ob, ähm, auch alles noch funktioniert. Und ob alles noch im grünen Bereich ist. Und da fällt der Himmel. Kopflos, würde ich sagen. So, da ist noch ein Nestchen. Das nehmen wir auch mit. So, die Sprintereien lassen. Wie sieht es aus mit Hunger und Durst? Halb, halb fast. Ah, okay. Da könnten wir eigentlich dann, wenn wir da angekommen sind, Kistchen bauen und satt essen. Komm, die nehmen wir mit. Dann könnten wir auch mal skillen. Wir brauchen definitiv, ähm, für Heilung. Würde ich sagen. Erstmal. Oh, Schwester Uschi. Ich wollte jetzt gerade sagen, was reimt sich auf Uschi? Aber nein, da tun wir nicht. So. So. Noch ein kleines Nestelein. Siehe da, es sind Eier drin. Och, wie schön mit Eierlein. So wäre es besser gewesen. Ja. Ja, und ich kann euch immer noch keine Auskunft geben, weil das ist ja der erste Aufnahmetag für mich. Wie ist jetzt Folge 2? Das heißt, ähm, ich bin ja quasi direkt nonstop dran gewesen. Ähm, ich guck mal, wie viel ich jetzt kriege. Wir haben jetzt aktuell hier bei mir ist der 19.01. Ähm, 20.46 Uhr. Mal gucken, wie viel ich heute hinkriege. Damit ich euch, da können wir doch die Nacht verbringen, oder? Schön oben auf dem Dach, wie gewöhnlich. Die Kiste bauen wir unten hin. Ach, jetzt kommt der schon wieder. Aber den Stein nehmen wir erst mit. Den hauen wir jetzt vor den Latz hier. Du siehst aus wie ein Straßenräuber hier. Alter Wegelagerer. Der ist immer noch nicht tot. Jetzt aber. So. So. Da läuft ein Hühnchen. So, wo ist denn das Kistchen wir vorgebaut haben? Da. Und ich würde sagen, das Kistchen, das Kistchen, das Kistchen, das Kistchen. Dann schmeißen wir doch mal erst einmal. Wie drehe ich denn die ganze Kistchen? Ah, da. So. Schmeißen wir erstmal da hin. So. Und dann schmeißen wir den ganzen Kram hier erstmal gepflegt nach draußen, den wir nicht brauchen. Weil wir wissen ja, looten müssen wir gleich eh noch. So. Holz nehmen wir mit. Stein lassen wir auch drin. Essen lassen wir drin. Was ist das denn hier verstärkt? Und die Mod können wir doch verändern? Ne, ne. Nicht zerlegen. Wir wollen doch hier die Mod. Ah ja, die Mod. Wo kommt denn die Mod rein? Ne, nicht rausschmeißen die Mod. Wie war denn das nochmal? Ihr seht, ich habe alles vergessen. Ich habe echt alles vergessen. So. Also verändern. Ach, die kommt nach links, ne. Die Mod hier eine Modifikation. So. Abschließen. Wunderbar. Haben wir erledigt. Dann würde ich sagen, wir erledigen jetzt den Job. Bringen den auf jeden Fall noch zurück. Wenn es denn die Zeit erlaubt. Und verbringen die Nacht hier, oder? Verschlossen. Stopp. Wir müssen erst. Ich vergesse seit ihr das mal. Erst wieder reparieren. So. Na ja. Halb voll und der schreit schon nach oben. Das kann aber nicht sein. Wie ist denn hier los? 자� 아니. Der ist so ruhig hier, ne? Na ja. Ich habe es geahnt. Wo ist er denn? Wo ist er? Da! Fred! Mein kleiner, schimmeliger Freund. Oh, er hat einen Sack fallen lassen. Seit wann gibt es denn wieder Säckchen hier? Und was ist denn das gewesen? Moment. Der hat mehr fallen lassen. Da war noch so eine Karte bei. Der stinker. Elfmeter? Ist das unten im Keller? Jetzt müssen wir auch noch in den Keller. Jetzt müssen wir auch noch in den Keller. Ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt. Zwei Stück von denen. Ushi. Ach Ushi, mach keinen Quatsch. Was machst denn du mit Steve im Schrank? Hier, Lümmel. Oh, 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 oh. So, kommt mal raus. Kommt mal in die Zelle. Kommt mal in die Zelle. Ihr seid ja keine Vampire. Ihr könnt ruhig in die Zelle kommen. So, einmal. Und zweimal. So. So, wollen wir mal nach oben gehen, oder? Da ist unser Beutelchen. Keller. Ich sag doch Keller. Warum liege ich nach oben, wenn ich nach unten muss? Warum sagt denn das keiner? Äh. Äh. Ja. Je, 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 je. Ist ein ganzer Strip Club hier. ziemlich kopflos die dame hörst du auf okay schwein gehabt würde ich sagen ein bisschen muni aber keine waffe das können wir mal direkt tragen den resten immer mit die machen wir kaputt hola die waldfee schaffen wir dann noch das abzugeben 22 uhr macht der händler zu das sollten wir schaffen oder mal lieber schneller laufen hier ich habe sie mal runter wo geht es denn den keller wo ist denn der weg zum keller leihen draußen sicher sich kein keller draußen noch mal hier durch wenn er ist klar ach so ich muss ja ich habe die gar nicht gestartet ich bin noch ein depp ok dann gehen wir mal erst hier unten gucken hier waren wir ja noch nicht stimmt ja ich muss die quest erst starten ich mache euch mal ein bisschen ich mache euch mal ein bisschen licht damit ihr auch was seht auch wenn ich viel ist echt jetzt das war alles faulen dommel okay hier ist da auch noch was hier gibt es die treppe auf die haben wir eben nicht gefunden guck an guck an die schnauer 0 da sind zwei im schrank dabei sich schon dann nehmen wir nochmal die toilette dann haben wir den beiden minuten erst mal hier will sagen oder so und da war ein speck kann das sein rezeptchen eier mit speck guck an da da haben wir doch auch direkt unseren unser täschlein so muss hier noch zwei jungs im schrank weil sie mit euch nicht in ordnung was versteckt ihr zwei euch denn im schrank nicht genügend auch sauer nicht genügend ausdauer ich habe nicht genügend ausdauer jungs hört auf mit dem quatsch macht doch keinen kack hier macht doch keinen kack hier macht doch ich hänge unter dem stuhl fest ich glaube ich spinne ich habe einfach nicht genug ausdauer ich muss mal im ausdauer tanken so ich da nicht wir könnten mal eben hier ein stückchen trinken so das gibt ein bisschen ausdauer so fred warte ich ich danke noch ein bisschen ausdauer ich dir zwei verpassen kann sondern sollte das für dich auch gereicht haben so da oben war auf jeden fall auch noch eine also hier war definitiv auch noch und so noch mal im gucken hier hier kamen ein oder zwei na kommt schon da kommt schon ich habe hier mal eben ein klein in der zeit schon wieder zwei mama mia ich glaube das mache ich damit register aber nicht nochmal man auch nicht tm 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 so tomar mit lassen haben wir hier davon haben wir schon einen und dann haben und 3 ort von dann immer mit dem verkaufen war und den nehmen wir mit 20 uhr 1 rennen wir noch schnell zum händler und dann rüsten uns aus für die nacht oder ich meine ich würde ja wo die schuhe ziehen wir an tragen den tragen wir auch so schwupp die rubbel jetzt muss ich tür aufhauen echt jetzt kann mir mal bitte einer sagen ich bin auch eben hier von unten hochgekommen aber wo war die luke war hier ja hier dann gehen wir raus dann würde ich sagen dann würde ich sagen wo sind jetzt mein kistchen hier habe ich doch mein kistchen abgestellt da so wie schmeißen jetzt erstmal alles wird von nicht brauchen können wenn wir sie wer kommt denn hier angepirscht und hat alles vom ausladen so lasst mich mal in den rest noch hier rausschmeißen den modern eventuell nicht brauchen ohne range haben auch gefunden wir haben range gefunden wie cool ist denn das essen kaffee papier blei eisen hohe dose benzin haben auch noch nicht aber es nahe kommen wir werden ich so thema eben dann schnell hier die nehmen wir auf jeden fall die verkaufen wir nicht essen brauchen oder trauen wir uns gleich rein damit wollen die nacht überstehen so was können wir verkaufen von hier die nicht die brille die verkaufen mit dem hier so papier geht dann auch wieder hier rein brauchen wir zwar auch nicht aber egal behalten wir auch noch mal die taschen mod können wir ausrüsten da haben wir zwei stück von die lasse ich mal hier drin dann dafür packen wir die munition hier rein die geldscheine können wir zerlegen die gehen in papier dann kommen die andere munition nach reinpacken so das heißt ich müsste mir hier auf jeden fall einen wegpunkt machen damit ich meine kiste wieder finden das x markiert die kiste so würde ich sagen kiste so schaffen hat 21 uhr und 300 meter könnte eng werden oder wir versuchen einfach mal nicht bummeln immer weiter laufen und dann könnten wir zurück zum haus ich hätte mich vielleicht eventuell vielleicht sollte ich mich eine nummer heilen oder wenigstens schaffe ich dann noch 21 15 ich würde sagen wir nuten auf jeden fall gleich das unten so ein häuschen oder das können eng werden das könnte echt eng werden weil ich hier gerade vorhab warum renne ich eigentlich zurück ich seppe ich hätte doch direkt mich bereit machen können für die nacht statt jetzt hier zurück zu rennen ich hoffe der macht auch um 10 zu der vogel nicht um halb zehn und dann stehen wir echt dumm da ich hab's gar nicht noch mal gar nicht zu mein freund noch mal ich will erst mal hier mein job mein verdientes geld mein freund bevor du hier zu machst ich glaube ich spinne mich erst mit auftreten loggen so da machen wir positionen abschließen und dann gibt mir mal bitte direkt noch einen auftrag hier in 348 jetzt kannst du mich rausschmeißen aber ich gehe auch freiwillig wenn du möchtest so falsche türe so hier gehe ich raus so so dann laufen wir zurück eigentlich können wir auflassen so richtung x da hinten ist 400 meter die machen wir aber glaube ich nicht in der nacht wir machen jetzt erstmal wir machen jetzt erstmal hier ein bisschen die häusel die häusel machen wir da unten glaube ich erstmal ein bisschen so die folge ist rund 20 minuten ich bin diesmal aber echt pingelig mit der zeit ne aber ich denke mal das wird sich auch schnell ändern ich würde sagen wir wir sehen uns hoffentlich in der nächsten folge wieder wenn ihr denn mögt einzuschalten und euch die sache gefällt ich wünsche euch auf jeden fall bis dahin einen schönen tag schönen abend du einen schönen guten morgen je nachdem wann ihr die folge gesehen habt bleibt mir auf jeden fall gesund und bleibt mir moment den müssen wir killen ist nacht bleibt mir auf jeden fall gewogen bis dahin euer dexter bye bye